Ja hallo liebe RheinKickTV Zuschauer, mein Name ist Dirk Lottner, ehemaliger Spieler unter anderem vom 1. FC Köln und ich möchte euch auf diesem Wege ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst es euch gut gehen und anschließend fürs neue Jahr lasst es krachen. Bis zum nächsten Mal.